Musik Die Lange Nacht der Musik, in München ein großes kulturelles Event, 100 Spielstätten, über 400 Konzerte bis weit in die Nacht hinein. Ich darf zum ersten Mal dabei sein und ich glaube, ich darf sagen, das ist mir wirklich eine Freude und eine Ehre, noch dazu mit den Münchner Symphonikern dies gestalten zu dürfen. Musik Und mit den Münchner Symphonikern verbindet mich persönlich sehr viel. Das war eines der ersten Orchester, das ich dirigieren durfte als kleiner Student damals. Wir waren alle fürchterlich nervös und hatten auch Angst vor dem großen Orchester. Die Angst ist heute nicht mehr da, der Respekt aber ist geblieben. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir dieses Ensemble haben und dass ich mit den Münchner Symphonikern zusammenarbeiten darf. Wir freuen uns sehr, wir, die Münchner Symphoniker, dass wir dieses Jahr das erste Mal mit der Stadtsparkasse München bei der Lange Nacht der Musik die Schalterhalle der Stadtsparkasse München bespielen. Die Münchner Symphoniker und die Stadtsparkasse München verbindet ja schon eine ganz lange Zusammenarbeit und wir freuen uns immer sehr, dass die Stadtsparkasse auch neugierig ist und mit uns neue Dinge ausprobiert. Das heißt, bei der Lange Nacht der Musik wird das ganze Orchester der Münchner Symphoniker mit seiner gesamten Bandbreite zu hören sein. Wir haben ein breites Kammermusikprogramm, wir haben die Formation Swingphoniker, die Swing spielen werden und der Abend klingt dann aus mit unseren Freunden von 1 hoch 6 und dem Kammerorchester der Münchner Symphoniker. Also ein bunter, interessanter Abend durch alle Stile bei der Lange Nacht der Musik in der Schalterhalle der Stadtsparkasse München im Tal.